Jo, hi, der Saarjockel. So, wir machen weiter. Und jetzt wird's, ja, kritisch würde ich sagen. Wir gehen jetzt hier die Mission Feldtest an und versuchen jetzt hier, Moment, ich betäube jetzt hier schon mal den T-Rex, den verkaufen wir gleich. So, dann gehen wir halt, das machen wir also erst, kümmern uns hier um die Forschung. So, jetzt lassen wir hier zuerst den T-Rex modifiziert frei. So, sehr schön. Dann, jetzt kommt das Gefährliche, lassen wir hier den Ceratosaurus frei. Und der ist hier nicht ganz grün und T-Rex. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass das halbwegs gut geht, weil ich weiß nicht, ob die Mission damit erfolgreich abgeschlossen ist. Gleich. So. Und jetzt schnell. Das ist jetzt natürlich das kritischste. Also kritischste, das wird in die Hose gehen, im Fleischfresser, bei Pflanzenfresser, aber... diese Exemplare hier sind Auftragswerke und für den Export bestimmt. Also sollten wir unser allerbestes geben. Export? Ist das nicht, äh, Irrsinn? Bereiten die Dänen nicht schon auf den Inseln ausreichend Probleme? Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir sollen jetzt Transport-Team... Das habt ihr jetzt ja gesehen. Produkt muss eingesammelt werden. Sie und ich sind ein tolles Team. Ich zeige Ihnen die Aufträge. Sie schließen sie ab. Jeder Gewinn. So, jetzt sind wir gleich mal gespannt. Sollen Verkaufen, Baby, verkaufen. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der jetzt hier was anzeigt, auswählen. Dinosaurier verleihen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Das hat schon mal funktioniert. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Jetzt hoffe ich, dass da nichts passiert. Jetzt hoffe ich, dass da nichts passiert. ... ... ... ... das funktioniert haben da hätte ich ja glücker hat er hätte sie einfacher funktioniert als ich erwartet habe und da wäre ich sehr glücklich jetzt bin ich gleich gespannt wir werden immer wieder zeitversetzte lieferungen von tieren auf die inseln erhalten dr wu berichtet dass einige von ihnen krank und in schlechtem zustand sind kümmern wir uns darum und bringen wir die dinosaurier wieder auf vordermann wir müssen es tun bevor wir sie wieder auf den inseln freilassen können erledigen sie das und stellen sie nicht zu viele fragen und damit meine ich stellen sie gar keine fragen wie und warum ich das tun übersteigt ihre kompetenzen das sollte von jetzt an klar sein jetzt ist nur die frage wo man die hinsetzen das sind produkttransport beendet probiere jetzt mal was jetzt machen wir mal doch schnell ähm ähm betäuben wir noch mal der T-Rex ihn verkaufen, mal dann. Jo, das könnte funktionieren. Mal probiere es auf jeden Fall. So, verstärke das jetzt. So. 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 Jetzt hier zu verstärken, weil ich denke, das könnte in die Host gehen, mit einem Fleischbesser ohne Strom, aber ich weiß jetzt nicht, wie es mit meiner Stromversorgung aussieht. Aber mir geht es jetzt hier in erster Linie darum, irgendwie die Mission erfolgreich abzuschließen. So. So. Jetzt bin ich gleich mal gespannt, wie das mit den Dinos funktioniert, wenn die zurückkommen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So. So. Jetzt gleich. So. 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 da kommt da so Deine infizierten Dinosaurier entdeckt. Ja. Und Nahrung und Wasser hat er ja normal. Jo, jetzt bin ich immer gleich gespannt. Er hat Wasser, er hat Nahrung. Ja, Wasser, ah, ok. Ja, jetzt müsste er glaube ich nur noch esse und dann... So, jetzt geht er zum Esser, so wie es aussieht. Jo. Okay. Das haben wir jetzt, ja. Und jetzt kommt der Nächste. Und dann gehen wir hier schon mal in die Vorbereitung. Halt. Wir könnten ja natürlich... Schauen, wo können wir noch ein Gehege hinsetzen? Hier. Produkt transportiert. Das Models. Mache renovations. Mhm. Da? ZEti. Das halweck ist immer wieder Home. Bis zum nächsten Mal. Oh dear, die haber grâce. Schnellschauen. So, da ist der Schnellgucker. So, jetzt ist eine Krankheit ausgebrochen. Ah, aber... Ja, wo? Wo? Ah, okay, ich weiß wo. Ist gut. Hier bei ihm. Produktzustellung bestätigt. So. 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 Jetzt müsste er ja nur noch was trinken. Komm, jetzt trinkt noch was. So. Ja. So. 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 guten Kred das können wir ab job erledigt das halbwegs gut gemacht darum ging es hierbei ich habe gerade einen interessanten Bericht gelesen offenbar haben einige Dinosaurier seltsam unnatürliche Verletzungen wissen sie zufällig was darüber also ohne Witz das haben wir gut gemacht würde ich jetzt mal ganz glatt behaupte dann vielen Dank und ich lasse jetzt mal noch drin weil solange sie keine Attacke starten würde ich sagen sieht momentan nicht so aus ja also vielen Dank fürs Zuschauen bis bald wir gehen erst an die letzte Herausforderung bald ciao